so nee denn jetzt mal weiter hier mit dem auspacken schöne wetter heute was haben wir denn hier in unserer schulpiste ich weiß nicht genau Ich weiß nicht, ob es ist. Ein paar Hümschen können wir ja... Ich weiß nicht, ob es ist. Ich habe es wieder. Ja. La 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 la. Ja. Und B-Shot. Okay. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Fingere noch ein Rumor. Das kann jeder nicht mehr rein. Tja, dann packen wir das erstmal hier unten drin, weil hier noch Platz ist. Der Alkohol kommt auch an. Was ist denn hier mit Verbessern? Tasche aus Krokodilleder, jawohl. Ein Stück Eisenerz. Wir haben Krupa. Dann pack ich das doch erstmal hier. So, dann haben wir hier noch ein paar Ästchen. Alle. Hopp. So. 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 Mit dem Ästchen. Können wir da irgendwas aufwerfen? Ja. So. Kupfartang. So. 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 Huh? So. 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 Webstuhl. Eine Schmilze. Da brauchen wir ein bisschen Stemzwingen. Stellt Kupferbarn her. Er fordert... Eine Schmiede saß da. Wo bauen wir denn mal eine Schmiede? Ein bisschen. Wo baut man denn hier effizient eine Schmiede? Ein bisschen. So, dafür brauchen wir zwei große Steine und den Klo. Zwei große Steine und den Klo. Eins, zwei. Und den Klo. Wo haben wir denn die Schmiede? Den haben wir schon mal einen. Ja. Lass mir raten. Haben wir aber auch mal... Wo ist denn die Schmiede? Nicht alleine. Der ist noch im Schiff, ne? Der liegt noch im Schiff rum. Der ist noch im Schiff. 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 Aus wie Cooper als mal. Ein Stück Eisen. Ok, wir haben jetzt mal den Gebäude zwischendurch gelehrt. Was haben wir denn noch? Was zeigt er denn hier unten? Form zur Herstellung von Metallobjekten in der Schmiede. Ja. Gut vom Park. Ein Webstuhl. Jo, ein Webstuhl. Können wir den hier drinnen eingenommen haben? Hier passt doch ein Webstuhl hin. Dreh ihn mal, ja, ja. Oder besser von der Seite. Keine Ahnung von welcher Seite hin. Jetzt mal von der. Der braucht zwei davon, vier davon, zwei davon. Ah, vier davon. Vier davon. So, da braucht er noch nie. Nein, das ist so. Da brauchen wir, glaube ich, zwei. Weine. Nee. Schön. Elgenstoff. Halleluja. Elgenstoff. Jetzt kommen wir jetzt davon, jetzt davon zwei davon. Okay. Wir machen den und dann unser. Ein davon, ein davon. Den. Den. Den brauche ich erstmal. Ja. Ah ja, so. Ne. Hm. Einmal. Was hat er hier schon wieder? Schmiede? Ja. Wenn es ab jetzt schon wieder. Bauen wir jetzt, ne? Ja. Ja. Ja, ja. All right. Ja, ja. Ja, ja. für ein riesiges Teil. Okay, dafür brauchen wir Heiligern. Vielen Dank. Können wir den eigentlich verbessern? Ah ja, da brauchen wir ja einen Kupferbacher. Ein Kupferbacher. Wir haben dort einen Kupfer da. Habe ich denn jetzt einen Kupfer? Kupferbacher. Ein Brennstoff. Habe ich hier ein Holzbein? Vielleicht damit? Brennstoff, kein Brennstoff. Ach, Kohle braucht er. Ach Gott, da hat er auch noch. Jetzt braucht er auch noch Kohle. Jetzt kriegt er die Bombschauer umsonst. Was hat er da auch noch? Kohle saß. Schau mal hier an. Hier haben wir vier Kohle. Zum Herstellen. Ah. Ah. Kann ich hier rausziehen und er machte da weiter? Oder ist das eher so? Nein. Okay. . terminein. tockk Wie werde ich denn mit Büchern lesen jetzt? Ach ja, weil ich mir jetzt zugehört habe, können wir ja eigentlich mal eine Lampe bauen Was ist denn hier mit so einer Lampe? Öl, Säle und drei Lampe, jetzt zwei, drei, so ein Säle muss ich jetzt herstellen Was ist denn da hier mal so? Was ist denn da hier mal so? Dann ist der Name ein bisschen größer drin? Bremsstoff? Was ist denn da hier? Was ist denn da hier? Dann gehen wir weg. Und jetzt kann man lesen. Samba. Energieverbrauch beim Bauen verrät. Okay, jetzt müssen wir. Erstmal nur schlafen. Und dann ist es wieder dunkel. Schön. Schaffen wir noch ein Zwiedebuch? Schaltet das Rezept für Holzspäne weiter. Und einen neuen Bauplan. Das wäre schön. Allah. So, was. Essen. Jetzt sind wir uns mal hier in den Kopf. Und zack. Segel. Die Dauer der Schnellreisen wird um 50% Variante. so. 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 Das Öl kann hier lernen. Ui. Oh, oh, oh. Oh. Oder Öl. Oh, ja. Okay. 15 neue baupläne ach du heiliger was haben wir danach? Bergstudium. Kupasier! Kupferhammer. Kupferschaufel. Kupferspitzhacke. Ach, hier haben wir ja auch noch was. Kupfernagel. Armbrustolzen aus Kupfer. Basis der Hornarmbrust. Ja, eine Armbrust wird ja auch hier verbessert. Verbesserte. Reiner. Fallegruß. Das ist auch schön. Kulzspäne. Oh Gott. Kupfermesser. Kupferspitzhack. Kupferaxen. Kupferfallsspitze. Kupferfallsspitze. Ein Hornarmbrust. Da brauchen wir mal ein Kupferpfeil. Kupfernagel. Nun, dabei wollte ich eigentlich nur den hier jetzt mal verbessern. Da brauchen wir zwei Kupferdinger. Ach, hör doch. Und die zwei hätten wir ja auch mal. Tja, dann können wir ja eigentlich wieder Ruderdüsen zu der Indie gehen. Das passt da nicht mehr rum. Dann müsste da eins mal hin. Äh, ja. Wir machen mal den hier. Haben wir hier eigentlich noch so ein paar Franzosen? Hm. Nein. So, was wir sind hier noch? Kamillesaft. Da geht doch mal hinten. Kamillö. Wo haben wir denn meine Hülle? Kamillö. Was man hier so Kamillö sagt. So unten. Die Ruhe aus Kammelübben. Also, wir haben hier so eine Kammelübben. Hier haben wir Bandage. Ich bin zwar damit schon mal hier vorbeutet. Hier. Gib ihm auch die Fleisch. Die Kartoffelnfleisch. Harnetfleisch. 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 Das sieht natürlich aus. Harnetfleisch. Einmal was die Kammel. Vielen Dank. Ja, ich weiß nicht. So, können wir jetzt was warten wollen. Oh, das ist richtig lange geworden. Juuu, das ist ja auch hier. Das ist ja auch hier. Hier, da haben wir es. Oh, das ist ja auch hier. Ja, schon. Na, dafür braucht man... Haben wir es doch hier? Nein. Ich hoffe, wir können vielleicht eher in die Axt durchschen, ne? So, der ist so pretty. So. Haben wir eigentlich Osoback? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sie, ich will. Hm, ja, ne, vielleicht. So, ansonsten bei YouTube. Vorbereit. Eigentlich. Was sagt denn das Chip hier? Hm? Ja, ja. Wie liegt's am Rand? Äh, ja. Da könnte man ja vielleicht... ... ... ... Das war's für heute. So, dann kommt der Hammer, den ich gerade auf die Lüge hinfahre. Der Hammer kommt drinnen. Wird ein bisschen weiter, haben wir was zu essen? Gut. Den gehen wir mal noch mal schlafen. So, dann stärken wir uns noch und dann geht's noch mal ab auf der Reise. So nämlich. So. 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 So.